Brian und Shana schweben auf Wolke 7 Ach, wie schön! US-Schauspieler Brian Austin Green ist nach der Trennung von Ex-Megan Fox Anfang 2020 endlich wieder glücklich. Seiner neuen Freundin Shana hat der ehemalige 90.210-Star nun öffentlich eine Liebeserklärung gemacht. Doch statt das glückliche Paar zu feiern, bittern Fans hier einen unterschwelligen Diss gegen die Ex. Was könnte dran sein? Brian Austin Green ist wieder verliebt. Brian Austin Green hat ein neues Foto auf seiner Instagram-Seite gepostet. Es zeigt ihn und Freundin Shana Burgess, die beiden sind seit einigen Monaten glücklich liiert und knutschen wann und wo immer es ihnen passt. Zu dem Post schreibt Brian ganz verliebt, es ist wirklich lange her, dass ich mit jemandem zusammen war, mit dem ich das Leben wirklich teilen kann. Shana ist ganz angetan von der Liebesbekundung und schreibt dazu, es gibt niemanden, mit dem ich mir jemals vorstellen könnte, es zu teilen. Ich liebe dich! Megan freut sie sich für ihren Ex, kommentiert den Fotopost ebenfalls, schreibt den knappen Satz dankbar für Shana und setzt ein lila Herz dazu. Fans wittern hier einen Diss, doch Megan lässt sich nicht drauf ein. Einige Fans und Follower wittern statt eines Liebesposts allerdings auch einen unterschwelligen Diss von Brian gegen seine Ex. War es nur eine Liebeserklärung an Shana oder wirft Brian Megan, mit der er über zehn Jahre zusammen war und drei gemeinsame Kinder hat, tatsächlich vor, er konnte sein Leben mit ihr nicht wirklich teilen? Möglicherweise ist es eine Retourkutsche an die Transformers-Schauspielerin, die in einem aktuellen Washington Post-Interview verrät, dass sie sofort wusste, dass ihr neuer Partner, der Rapper Machine Gun Kelly, ihr Seelenverwandter ist. Sie sagt darin, das erste Mal, als ich ihm in die Augen sah, dachte ich, ich kenne dich. Ich habe dich so oft, in so vielen verschiedenen Formen, in so vielen verschiedenen Leben gekannt. Der Zeitung sagte sie außerdem, dass ich nicht erwartet hatte, dass es sofort so wäre wie Gott, du bist mein Seelenverwandter. Vertraue und Verbraucherstattern